Vervollständige das Muster Ach ja Die Geschichte mal wieder Haben, Moment, haben wir das nicht schon mal gemacht? Bin ich gerade blöde? Irgendwie kann ich mich daran erinnern, haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja, tut mir leid, tut mir leid, Epic Fail, ich habe lange nicht gespielt, weil ich war jetzt ein paar Tage verreist, jetzt habe ich nicht mal gesehen, dass ich das schon gemacht habe Ja, Vorführeffekt, besiege alle Gegner Das haben wir definitiv noch nicht geschafft Wir mussten das zwar schon 80 mal machen, aber noch nie in dieser Stage mit so wenig Licht und nur einem Leben Und schon bin ich tot Ja Okay, lass mich überlegen Meistens ist es ja ganz gut, wenn man sofort nach oben fliegt, ne? Aber es ist gar nicht so schwer eigentlich Siehste, ich habe sie jetzt eigentlich schon fast alle Ach, ich habe doch zwei Leben Das hat so ausgesehen, als hätte ich nur eins, aber das stimmt gar nicht Da habe ich wohl Müll erzählt Die einzige Schwierigkeit hierbei ist, dass man einfach wenig sieht und ich habe es eigentlich schon noch relativ schnell geschafft Ich habe Hoffnungen auf drei Sterne und ja, sogar Shiny Das war doch ganz gut Aber wir sind schon Yo, dem LP Ende nah Weil, was, 9,8 Sekunden hat er das geschafft, der André Mein Glückwunsch Weil viele Level bleiben nicht mehr übrig Es geht jetzt um jeden einzelnen Stern Level 24 Von Remix 2 Was, nein Mit beiden Eisklimbers müssen wir diesmal zocken Ja, natürlich Scheiße Achso, nein, nein, nein Ist es, ja, ist es verloren Okay, man darf sich niemals aufteilen Niemals, sonst ist man sofort down Die müssen beide schön in die gleiche Richtung springen Und beide hoch Genau, genau so So habe ich mir das vorgestellt Jetzt hoch, 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 hoch Immer schon alles kaputt hauen Und so habe ich das mir nicht vorgestellt Verdammt noch mal Komm, komm Und so Nein, du Lappen Bis zu welcher Etage müsste ich es eigentlich schaffen? Erreiche den Bonuslevel und beschütze beide Gipfelstürmer Sind mit Gipfelstürmer etwa die Eisklimbers gemeint? Mir egal, komm schon, wir schaffen das Ich glaube, es ist nicht mehr weit Es ist nicht mehr weit Der Gegner kann ich nicht treffen, ist alles in Ordnung Aber sie teilen sich immer mehr auf Oh oh Vogel Nein, das Schwalbine greift an Nein, ist mich runtergefallen Okay Nein, nein, nein Geh hoch, geh hoch Genau, ja Das ist sauschwer Das ist sauschwer Nein Oh nein Töt ihn Ich bin noch am Leben, Mensch Ich glaube es ja nicht Aber ich soll beide Oh fuck Okay Das ist echt böse Ich meine, ich war schon weit oben Aber das hat noch nicht ausgereicht Das ist echt böse Was macht man denn da? Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen Wie könnte man das ganz schnell schaffen? Ich meine, ich kann ja nicht mal gegen eine Wand rennen Oder? So vielleicht? Nee Damit die sich wieder nah beieinander hinstellen Das geht nicht Ja Habt ihr gesehen, wie da einer jetzt voll durch den Block durchgefallen ist? Boah, wie schlecht Die Grafik und die Sprungmechanik ist einfach nur so schlecht Stirb Sehr gut Ah, und sie haben sich sogar wieder ein wenig angenähert Warte, der kommt doch sogar runter, oder? Ich will jetzt kein Risiko eingehen Oh 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 Ja Ja Ich weiß nicht, wo ich hochgehen soll Das hier wird nicht ausreichen Da kommt nur der eine hoch Aber, aber, aber Warte, wenn ich da hier schon mal das aufmache Dann komme ich mit dem ganz hoch Und mit dem auf die zweite Etage Oder auch nicht Oder auch nicht Zurück, zurück, zurück Und hoch, und hoch, und hoch Ja, ja, ja Und nochmal hoch Sehr gut Wir sind auf der gleichen Etage Hier sind keine Gegner Deswegen beeilt euch Beeilt euch, beeilt euch Wie viele Etagen sind es denn noch, Mann? Bin gleich da Aber wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schneide ich es Weil es dauert ja ewig lang Ein so ein Durchgang Wird kein Mensch sehen, hey Äh, diese Richtung Die ist besser Oh, kacke Jetzt muss ich da auch noch Durch bestimmte Ebenen durch Ist das fies Aber jetzt haben wir es gleich Wieso schaffst du das nicht? Spring hoch, Mann Und du auch Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch Nein, nein, nein Du darfst jetzt nicht sterben Du erst recht nicht Nein Warte, warte Ey, das ist brutal Das ist ultra schwer Ich lüge nicht Damit beiden so koordiniert hochzuspringen Ist unfassbar schwer Oh, meine Fresse Vor allem gehen die ganzen Böden hier kaputt Einer von denen fliegt doch mindestens immer runter Ich kann auch tun, was ich will Auch wenn ich die Gegner umbringe Sie kommen doch immer wieder Stirb Du unten auch Und jetzt hoch, 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 hoch Wir haben keine Zeit Immerhin, es gibt kein Zeitlimit Also lüge ich Wir haben eben schon Zeit Wir haben genug Zeit Ja, okay, okay, okay Und jetzt so Ja Oh, scheiße Mir ist das Gamepad aus der Hand gefallen Ich hoffe, das funktioniert Oh mein Gott Ich bin kein gutes Beispiel Oh Gott Hat das jetzt irgendeine Schramme? Ich hoffe nicht Das ist das erste Mal, dass mir das passiert Ich weiß auch nicht warum Aber wie gesagt Ich habe lange nicht mehr gezockt Vielleicht deshalb Nutzt das Sprungbrett um was? Um die Plattform zu erreichen Okay Ne, es geht noch alles Ja, Gott sei Dank Das wäre es jetzt gewesen Wenn das Teil im Arsch wäre Das war ja schließlich erst vor kurzem bei Nintendo Hä, was? Sieben Sekunden? So, nur so wenig Zeit? Was meint er denn überhaupt mit Plattformen? Ich check's nicht Die Grüne, die da immer Achso, ah Ich habe nicht hingeguckt, deswegen Okay Wie meint er? Ja, da ist es doch schon geschafft Achso Acht Etappen Sammle die versteckten Münzen ein Da war was Da, wo ich stehe Aber ich sehe jetzt nichts Genau Da Finde die Echten und besiege sie Oh, das spiel ich jetzt schon wieder Wer ist der Echte? Der nicht Der schon Ja, spring doch hoch Wow Wow Alter, ist der krass drauf Der war falsch Jetzt habe ich da alles versaut Aber den roten habe ich gefunden Gefindet, wollte ich sagen Ist klar Grammatik Ist schwer Und Levelshaffing auch Komm nochmal Am Anfang gleich drauf zu hauen Ist sowieso dumm Aber da kommt so oft das Feuer Okay, ich muss links stehen Der linke ist der Richtige Man hat ja genug Leben Ich kann das ja ausprobieren Aber kommt das Feuer nicht zuerst dort? Nee, nee, kommt es nicht Jetzt habe ich es verpasst Jetzt habe ich es verpasst Das ist blöd Wenn das Feuer so oft kommt Ach komm, bring mal den einen Um Was war denn jetzt? Ich bin doch gegen den scheiß Powerblock gesprungen Sag mal Wollt ihr mich verarschen oder was? Ihr wollt mich verarschen Ich bin hier gleich Geber übergegangen Ich weiß das schon Ich weiß das schon Was was passieren wird Ich weiß das schon Du kommst wieder Du kommst wieder Das wissen wir alle Du bist falsch Du bist richtig Jetzt noch einmal treffen Dann sind sie beide down Moment Jetzt gleich habe ich euch Nein Wenn er den blöden Block halt treffen würde Wer von euch ist richtig? Du Und da oben, welcher von euch? Du nicht Das Feuer, das Feuer Okay, du bist tot So ein Scheiß Nicht schon wieder Eisklein was Ach komm Das machen die mit Absicht Die wissen ganz genau Dass das sagt Ich soll 20 Blöcke zerstören Aber das ist jetzt gar nicht Mal so schwierig Ja Nimm mal eine Abkürzung Und sammle die Geldbörse ein Wo ist sie denn? Ich habe es jetzt nicht gesehen Geldbörse Was für eine Abkürzung? Zwei Sekunden Zeit WTF? Meint ihr das Ding Da oben rechts? Und das soll in 10 Sekunden Boah Okay, komm Probieren wir es einfach Es geht echt Tatsächlich Man schafft es Hätte ich jetzt gar nicht gedacht Lass fünf Ballons platzen Ohne einen zu verfehlen Oh Gott Ohne einen zu verfehlen Das mag ich auch gar nicht Ja Na klar Ihr spinnt doch Ihr spinnt doch wahnsinnig Das hier sollte man wirklich ohne Game Over schaffen Ich weiß ja nicht Jetzt musste ich den oben Da gibt es nur eine Lösung Oben zuerst Und hier muss ich Zeit rausholen Zurück Du blöder Trottel Zurück man Wir gehen jetzt das zweite Mal Game Over Und ich schaffe wieder so herrlich viel Oh cool Du sollst doch Es hat mich noch nicht berührt Ich hatte genug Speed um Umzukehren Du stinkst Du stinkst Du stinkst Du stinkst Hä Ja, da war eine unsichtbare Wand Ich hätte das locker geschafft Wenn die unsichtbare Wand nicht da wäre So circa 5 cm Vom rechten Bildschirm Darf man nicht nutzen Weil Baum Ach, das ist doch Blödsinn Ich schmeiß es jetzt gleich Mit Absicht Nochmal auf den Boden Genach Garantie Oder? Ich glaube, wenn man die einmal nimmt Dann zählt das ja nicht mehr Es sind nur 5 Ballons Es sind 5 Ballons Junge Du wirst doch wohl 5 scheiß Ballons treffen können Nö Nö Aber ich kann mir auch keine Zeit lassen Ich mache das ja nicht Weil ich irgendwie lustig bin Ich mache das Weil ich sonst Den unteren nicht mehr treffen kann Jetzt, jetzt Ja Und was war so scheiße Schwer daran Gar nichts Besieger Bowser im Eisschloss Jesus Christ Nein Das war so schlecht Nochmal So, ja Lauf, lauf Stehenbleiben Lauf, spring Ich weiß genau Dass einer von euch gleich Mich trollen wird Von euch scheißdingern Dann die Was zum Teufel Haben wir es jetzt Bloß nicht sterben Bloß nicht sterben Lobsten nicht sterben Bloß nicht sterben Bloß nicht sterben Bloß nie sterben Bloß nicht sterben Bloß nicht sterben Bloß los, 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 los Maan Ich trau mich nicht Nichts! Jetzt! Ja! Asslack! Sorry, aber ich bin jetzt wirklich... Bitte? Der Gute kann auch nicht mehr als der andere. Ach du meine Güte. Ja, okay, er kann nach unten schießen. Halleluja, du bist ja der Oberskiller. Spring auf mich zu, du Arsch. Wieso? Kein einziger... Da waren noch 50 Pixel dazwischen. Das war nie im Leben Treffer. Niemals. Nie im Leben. So, das geht ja selber. Ich hätte es einfach nur probieren müssen. Aber trotzdem, der Treffer von vorhin, das war Betrug. Das schwöre ich bei Goooott. Ja, ein Stern. Ist klar. Ich bitte euch, also... Was ist jetzt los hier? Rekordliste freigespielt. Jetzt kannst du jedes Mal, wenn du ein Level durchspielst, all deine Rekorde einsehen. Aha. Was schaltet man denn frei, wenn man alle Level geschafft hat? Was geht jetzt ab? Credits? Warum? Ich dachte, es kommt noch Bonus. Ja, okay, das machen wir gleich. Ach nee, jetzt zeigen wir jetzt die Rekorde. Ja, meinetwegen. Ich kann ja hier schon mal meine Bewertung des Spiels abgeben. Das machen wir dann ausnahmsweise mal nicht im letzten Part. Und zwar habe ich lange überlegt, was ich dem Spiel geben werde. Es ist ja kein wirkliches Spiel, sondern eine Zusammenstellung aus alten Spielen. Und ich habe mich für 8 von 10 Punkten entschieden, weil es ein sehr gutes, kurzweiliges Downloadspiel ist. Bei dem man auch sehr viel Ehrgeiz und Spaß entwickeln kann. Aber die Spielauswahl gefällt mir nur bedingt. Ich verstehe zum Beispiel nicht, was Clu-Cluland Golf und ja, dieser ganze Randcrap hier drin zu suchen hat. Wo ist zum Beispiel Metroid? Wo ist es? Das gab es auch schon auf dem NES. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon Kirby auf dem NES gab, aber mit Sicherheit hätte man noch mehr First-Party-Titel einprogrammieren sollen. Von mir aus auch Zelda 2, weil das ist so saumäßig schwer. Das eignet sich einfach perfekt für so eine Minispielsammlung, weil da verzweifelst du wirklich dran. Oder was ist mit Super Mario Bros. 2 oder mit Super Mario Bros. 2 The Lost Levels oder mit Super Mario Bros. 3? Das alles fehlt. Ich kann es zwar schon verstehen, wenn man nur ein Mario drin haben möchte, aber auf der anderen Seite hat man auch zwei Donkey Kong-Spiele drin gehabt, die jetzt zwar nicht vom gleichen Prinzip sind, aber trotzdem. Naja, und dann gibt es auch noch Steuerungsmängel. Damit meine ich jetzt nicht die schreckliche Sprungmechanik von Ice Climber, weil das ist ja bewusst so gemacht worden. Wobei man das hätte vielleicht auch verbessern können. Nur manchmal ist die Tastenbelegung ein bisschen scheiße und generell spielt es sich mit dem Gamepad nicht immer optimal. Aber das sind eigentlich auch schon meine einzigen Kritikpunkte daran. Die 10 Euro sind auf jeden Fall gut angelegt. Und zwar gleichermaßen für alte Leute, die die alten Spiele auf dem NES bereits gezockt haben und jetzt halt in Nostalgie schwelgen können. Als auch für die jungen Hüpfer, die mal sehen wollen, was ging früher eigentlich ab. Weil man kommt eben durch diese Minispielsammlung relativ einfach an geile Szenen der einzelnen Spiele. Ich meine, so schnell konnte man ja nie und so einfach gegen den Ganon zum Beispiel kämpfen in The Legend of Zelda. Oder die ganzen Bossfights machen. Da sehen wir den Bowser sogar und den Ganon mit Pilze. Oder das letzte Level von Donkey Kong, Arcade Game erreichen. Außerdem bietet das Spiel natürlich auch den Anreiz, die ganzen Spiele zu kaufen. Weil man eventuell auf den Geschmack kommt. Ich zum Beispiel, ja, habe schon drüber nachgedacht. Was wäre denn, wenn ich mir mal ein paar Minütchen Nexite Bike gönne? Oder was hat mir noch gefallen? Pinball. Gut, das muss man jetzt vielleicht nicht kaufen. Aber Balloon Fight, das ist auch ganz nett. Es ist alles böse manchmal, weil es richtig schwierig ist. Aber genau deswegen ist es auch so geil. Musik, ja, war ganz gut. Weil es ja die, ja gut, naja, schwierig zu sagen. Eigentlich, eigentlich gemischt. So generell war es natürlich schon die richtige Musik aus den Spielen. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass sonst immer die gleiche Musik spielt. Im Menü oder wenn man eine Aufgabe beginnt. Es geht so ein bisschen auf die Nerven mit der Zeit. Deswegen 8 von 10, denke ich, ist allemal berechtigt. Und kaum einer wird jetzt, glaube ich, denken, dass es ein Scheißspiel ist. Das Einzige, was hier wirklich gar nichts zu suchen hat, ist Golf. Das regt mich nur auf. Und CluCluland auch. Aber da hast du wenigstens noch, ja, da spielt die Steuerung eine Rolle. Da muss man so ein bisschen denken. Und deswegen kann ich das noch akzeptieren. Aber Golf, nee. Nee. Jetzt sind die Credits auch beendet. Wir können das mit B schließen. Also mein Urteil schon mal vorher. Das Geiste sind natürlich die Remixe. Weil die sind einfach cool. Das muss ich euch ja nicht erklären, dass ihr ja auch frohes neues Team. Das ist genial. Und ich hoffe sehr, dass auch ein SNES-Remix und ein N64-Remix und ein Gamecube-Remix und, und, und kommen wird. Das ist natürlich nicht klar. Aber möglich. Weil wenn sie NS-Remix machen, warum sollten sie das andere nicht bringen? Nicht wahr? Okay, jetzt kommt Bonus. Ich freue mich auf die Bonus-Spiele. Große an Domteno und Volu. Danke, Benedikt. Hier kommen teilweise sogar neue Spiele jetzt dran. Ach, nee. Ein Beat'em-Up. Was muss man da bitteschön machen? Es ist kein richtiges Beat'em-Up, oder? Weil irgendwie sieht die Dämon ein wenig seltsamer aus. Doch. Naja. Dann probieren wir es mal, oder? Wir können die Arme nach oben und unten heben. Und A und B sind halt Schlagkombinationen. Ich werde es mal probieren. Lande drei schnelle Treffer mit A. Eins, zwei und drei. Nein, daneben. Jetzt aber, komm. Jetzt habe ich dich. Okay. Lande drei harte Schläge mit B. Kur. Auf die Fresse. Und noch einen. In die Fresse. Und unten drunter. Nee, hat er abgewehrt. In die Fresse. Ist sowieso effektiv. Jetzt. Schön in die A. Ja, genau. Ist down. Letzte Aufgabe. Schubst deinen Gegner in den Kanalschacht. Also schön mit A penetrieren erstmal. Aua. Bist du bescheuert. Und mit B kann ich näher an den Gully herankommen. Man sollte es natürlich immer schön durchwechseln. Mal A drücken. Mal unten B. Mal oben A. Und schon ist er besiegt. Und wir werden von der einen Frau von Sailor Moon beglückwünscht. Ich weiß nicht mehr den Namen. Aber die mit den blauen Haaren. Ja, ich habe das teilweise geguckt. Am Tendor hat Sailor Moon geschockt. Das haben aber viele Boys gemacht damals. Egal ob sie es zugeben oder nicht. Ich weiß es. K.O. Domi. Ja klar. Von wegen. Level 2. Hat wieder was mit Zelda zu tun. Folge Mission. Betritt den Dungeon. Hier war ein Dungeon? Echt? Aber da ist doch nur... Oder doch? Weiß ich nicht mehr. Betritt den nächsten Raum. Konnte man da einfach so durchgehen? Echt? Ich weiß ja gar nichts mehr. Verzichte? Auf eines von beiden. Ähm. Die Rubine? Ne, ich habe keine Rubine. Scheiße. Ich muss aufs Herz verzichten. Es kommt irgendein schwieriger Bosskampf, oder? Und den muss ich mit vier Herzen schaffen. Ist klar. In welchen? Ne, doch nicht. Aber ich habe nur drei Herzen. Und muss diese... Verblödeten... Skelette besiegen. Naja, es ist aber nicht so schwer. Weil mit dem Boomerang... Boomerang. 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 Kann ich sie betäuben. Wenn er halt A drücken würde. Also ich habe ja vorhin mal angesprochen, dass die Steuerung nicht immer optimal ist, ne? Und vor allem in The Legend of Zelda merkt man das krass. Also da gibt es eigentlich steuerungsmäßig die größten Abzüge. Das mit dem Gamepad zu spielen, ist wirklich katastrophal. Ich bitte euch übrigens auch so ein paar sprachliche Fehler von mir zu verzeihen. Ich merke immer wieder, dass wenn ich lange Zeit nicht aufnehme, also beispielsweise Reise, wie es jetzt eben der Fall war, dass ich dann qualitativ und sprachlich so ein bisschen nachlasse. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so. Ich brauche dann immer so ein, zwei Parts, damit ich wieder auf dem Darm bin. Aber vielleicht sind sprachliche Fehler meinerseits ja auch lustig, wer weiß. Ach, Baseball. Ist auf jeden Fall lustig, ne? Also auf der Wii hat es mir ganz gut gefallen bei Wii Sports. Aber ob ich das hier bei NES Remix hinbekomme, ich bin mir nicht 100 pro sicher, aber probieren geht über studieren. Komm, schauen wir mal rein hier. Trifft den Screwball und erreiche eine Base. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie es geht, aber... Ah, Mist. Habe ich nur eine Chance? Ja, habe ich. Der ist doch, oder? Ja. Okay. Bleib stehen. Genau. Das ist ein Single und dann passt es. Okay. Und jetzt? Trifft den Screwball und erreiche eine weitere Base. Ach, auf B geht nichts. Ich habe jetzt B gedrückt, aber da kann man anscheinend nicht schlagen. Nur A. Kann ich mal irgendwie den Schläger anders halten? Ach, nee. Ich kann mich anders positionieren mit dem Steuerkreuz. Okay. Alles klar. Moment. Das ist, glaube ich, nur Timingssache. Ich meine, das ist ja ein altes Spiel. Da wird es noch nicht so viele verschiedene Mechaniken geben und trotzdem bin ich zu blöd. Ach, nee, einen Kurvenball muss ich treffen. Aber der geht jetzt aus. Nee, ach, was heißt jetzt aus? Das ist ein Home Run, du Lappen. Aus ist nur, wenn ich da unten links treffe und unten rechts, wo die Markierung aufhört. Aber alles innerhalb dieses Areals ist gut. Und wenn es in die Zuschauermenge geht, dann ist es Home Run. Also, perfekt. Home Run ist das Geilste. Trifft den Fastball und erreiche eine Base. Ja, der geht schnell. Bam. Der war auch wieder perfekt. Home Run, bitch. Ja, das kann ich ganz gut. Ich habe mich zwar ein bisschen dumm angestellt teilweise, aber es ist wirklich nur Timingssache. Passt schon. Ich mag Baseball. Man könnte meinen, ich bin ein Ami. Aber ich mag das gerne. Ich schaust zwar nicht, aber so spielen... macht Bock. Doch. Neuer Stempel... Feuer. Autsch, autsch, heiß. Level 4. Mario hat seinen Hut verloren. Bitte. Da unten ist er. Hut, bleib stehen. Ah, Luigi, du Depp. Moment, ich glaube, der darf nicht bis nach ganz unten fallen. Ich muss mich beeilen. Okay, okay. Moment. Ja, aber jetzt kann ich nichts machen. Doch, er darf bis ganz nach unten fallen. Hab ihn. Ja, das geht aber bestimmt auch schneller. Oder? Nee, shiny stars, echt? Das war doch einfach. Wo war denn da die Schwierigkeit? Ich fand das echt einfach jetzt. Wir haben noch Level 18 freigeschaltet, aber viele Level werden es nicht mehr sein, weil man kriegt nur noch ein Level für 10 Sterne. Der nächste Part könnte der letzte sein. Obwohl, nee. Zwei kriegen wir noch raus. Viel Spaß damit. Ach ja, du auch, Domi. Und ja, vielen Dank, Steven. Im nächsten Part geht es weiter mit Donkey Kong 3. Ja, da ging der ganze Scheiß dann weiter und ich kenne das Spiel auch nicht. Dementsprechend bin ich sehr gespannt drauf. Bis denn, tschüss.